Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einer neuen Folge von Robocop Raccoon City und wir waren in der letzten Folge hier stehen geblieben, genau. Und wenn euch natürlich diese Folge auch wieder gefällt, zeigt es mit einem Like und einem Abo, würde mich ganz erfreuen. Und wir starten direkt mal rein. Für mich sieht es aus wie eine Falle. Ja, guck an. Alex Murphy. Du hast mir nicht genug Zeit gegeben, um dich zu missen. Wie möchtest du meinen neuen Empire? Die größte Gesellschaft der Welt, wo jeder gleich ist, als ob sie das Geld haben. Eine Stadt mit einem Thäben, Drogenbewerb und Verzweigern. Ist das das, was du erwartet? Der Mann ist tot. Keine Ahnung, dass ich mich von dir enden. Keine Ahnung, dass du dir finanzieren kannst. Becker hat die Nachwuchs geöffnet. Ist das wahr? Ich denke, wir können das zurückkommen in einem späteren Moment zurückkommen. Wo ist meine Leiter? Oh, da ist es! Nach dem Inziden in der Mall, habe ich ein Duplicat gemacht. Das ist nicht hier oder dort. Auf Wiedersehen, Robocop! Smokin' killst. So, du hast es endlich geholfen, oder? Wir müssen das nur den alten-fashioneden Weg machen. Herr Scherz, ich lasse euch an deinem Arbeit. Target acquired. Ist unfair. Was ist das? 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 Das wartet, was du noch nicht. Das war's für immer, wenn du dich zuerst. Nein! Du musst ... Oh! dass der nicht stirbt alter ist gefährlich ja dankeschön perfekt weiter gehts ja Mensch Kleiner Spazer Bücher Was kommt wo jetzt? Guck mal Guck mal, dass du uns nicht verdienst hast Was? Der Geld nicht durchführt Wir werden das Wir werden das Deine Maschinen kämpfen für dich Wir arbeiten nicht für frei Perfekt Keine Gefühle, Robocop Ich habe größer Fisch Ich habe größer Fisch Du ungratvolle F***er Du klamst die Tür auf das Ambitiouses Projekt in der ganzen Stadt Zurück, oder Es wird Probleme Ich habe noch eine Armee Die kämpft, egal was So, Robocop Bebereid, um zu treffen Oh Das muss weh tun Jetzt gibt es Probleme Oh je Das ist nicht vorbei Wo willst du hin? Deine Maschinen stehen sowieso nur doof da Kann ich dir alle abkundern? Bleib weg! Bleib weg! Bleib weg! Tod oder alive Du kommst mit mir Du kommst mit mir Zu Glück habe ich das MG mitgenommen Das Das waren nicht so viele Bleib doch stehen Warum kann der so schnell rennen Und ich nicht Entschuldigung Ich habe dich Entschuldigung Ich habe dich Entschuldigung Ich würd das nicht machen, Buhr. Er tanzt für uns. Oh, tschüss. Tja, genau wo er hingehört. Aufm Müllhaufen. Alter, ich fall ja auch fast runter. Tja, die Gerechtigkeit gewinnt immer. Ich hätte ihn lieber eingesperrt. Ich glaub, Tod ist besser bei ihm. Aber er hat doch recht. Manopelieren sie uns wirklich? Okay, das brauchen wir nicht wissen. Oh, ein Levelaufstieg. Geil. Oh, nur ein Level. Das sind das Rottweck. Ich glaub, ich krieg gar nicht mehr alles gelabbert. Ene, mene, mu. Was ist, was gibt's da? Nach einer Schicht. Nach einer Schicht, nach einer Schicht. Okay. Ah, hier. Hallo. Danke schön. Du hast Samba bei ihrer Suche nach der Wahrheit geholfen. Danke schön. Ich muss dir... Was? Eine Kreatur? Keiner scheint zu wissen, was das Chaos ist. Und die wichtigsten, wer wird es stoppen. Ich glaube, die Schicht beginnt früh. Bereit, Partner? Ich bin geboren. Bereit. Natürlich bin ich bereit. Ich hab richtig Bock. Geht das so jetzt weiter, oder ist das Ende jetzt von Robocop gewesen? Also ich hab's ge... Also für mich hat sie angefühlt wie ein Ende. Ah, nee. Oh, yummy. Oh, yummy. Was war denn das? Yes. Yes. Was zur Hölle? Es ist wie ein Hurricane kam. Wachsambleiben. Okay, dann müssen wir... Gehen wir also mit jetzt... Gehen wir zu P4 rein. Was passiert? Hallo? Okay. Ermittlungen im Gebiet durchführen. Aus der Asche. Da war was. Ich hab was gehört. Was? At least we have Chopper support. No such luck. That's a TV helicopter. They're here already. We have wounded. What happened here? It... It was furious. It destroyed everything in its path. What did? A monster. What? Robo, I'm in the Channel 9 helicopter. I'm seeing a lot of movement on the executive floor. I know exactly where that is. We need to get up there. No, get the injured out of the building. I will handle what is up there. You sure? Positive. You heard him. Let's evacuate everyone. Oh, yeah, it's a... RoboCop! My number one guy. This seems to be a misunderstanding. RoboCop, I wanted to leave you a message before I undergo this procedure. It has been a long and laborious process, but it has given me the opportunity to observe you closely. The old man! Old man! They're you! I didn't know! I didn't mean to! Only now do I truly understand what others see in you. I realize why they cheer you on. Move for you. And it is because they can look past your metal exterior and see that somehow you haven't lost your humanity. That puts my mind at ease. You made me realize that I do not have to fear what is about to happen. I can remain human. As you have. Selfless and devoted to something bigger than myself. Uncorruptible. And that is what I've always strived to be, Woodrock Murphy. I cannot wait to see what the future has in store for us. Austin's up. You sold the city's future. That leaves one question. Strapyard of prison, Creep. Oh, no. I knew it. Murphy, what the hell was that? Just an old friend. Oh, yeah. Oh, yeah. Do you need backup? I repeat. Do you need backup? Negative. Keep the evacuation going. Copy that. máxima salt. Balls. Oh, yeah. I do not build it. Oh, yeah. I do not build it. I remember it. I do not build it. I blew it. Murphy, you need to get out of there. It's about to collapse. The building's evacuated. There's no one else inside. You need to save yourself. Ich rede mich selbst, oder? Mama und ich muss da raus. Der alte Mann, es tut mir leid. Rette ihn. Lass ihn sterben. Töte ihn. Ich töte ihn. Das ist die Ehre. Hiermit kannst du in Frieden leben, alter Mann. Ganz schnell raus jetzt. Aber super duper mäßig. Ich habe ihm seinen Frieden gegeben. Was wäre passiert, wenn ich ihn gerettet hätte? Die Frage interessiert mich wirklich. Hm. Ein friedlicher Tag, wie eh und je. Und das Gebäude ist nur noch... Ach sch- Was ist mit dem Helikopter? Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Ich bin näher. Ich bin näher. Wenn das Gebäude zerbrechen, die Dusklauhe wird schocken. Oh mein Gott! Murphy! Nein! 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 Warte! Ich sehe etwas! Ja, ich bin's. Aber komplett beschädigt. Das hat er gut gesagt. Was jetzt? Kann ich bitte repariert werden? Eine weitere Woche passierte, seit der OCP-Magnificent-Giante fallen. OCP-Magnificent-Giante Das war's wirklich. Ja, liebe Freunde. Das war's mit Robocop. Ich fand Robocop sehr geil. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ging mir aber zu kurz, finde ich. Das waren jetzt, glaube ich, 10 Stunden. Steht auf Steam. Das Spiel zeigt mir mindestens 10 Stunden. Ja, sind recht wenig, finde ich. Aber trotzdem geil. Wenn euch natürlich diese Folge auch wieder gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Like und einem Abo. Würde mich ganz sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und tschau! Bis zum nächsten Mal!